Hallo liebe Zuschauer, ich bin Lina das Schaf und heute haben wir mit Teddy, meinem besten Freund, ein Lied überlegt. Das heißt, beste Freunde für immer. Wir haben uns Mühe gegeben und darum denken wir, dass es euch gefällt. Viel Spaß bei Zuhören. Wenn du Tröstung brauchst, ja, dann ist es klar. Dein Freund kommt gleich, gleich. Wenn dich dein Freund betrügt, dann ist keiner mehr von euch vergnügt. Oh ja, oh ja. Schlagen darf man auch nicht, das ist Pflicht. Sonst ist keiner mehr von euch vergnügt und keiner mehr von euch ist froh. Wir sind Freunde für immer, für immer. Wir sind Freunde für immer, für immer. Wir sind Freunde für immer, für immer. Und sind zusammen. Wir sind Freunde für immer, für immer. Wir sind Freunde für immer, für immer. Oh ja, aha, Freundschaft ist wie eine dicke Schicht, das glaubt man nicht, aber es ist so, oh ja, wenn man sie zerbricht, dann kann man sie nicht mehr aufbauen, doch, wenn man einen Freund hat, ist das wunderbar. Wir sind Freunde für immer, für immer, wir sind Freunde für immer, für immer, wir sind Freunde für immer, für immer, oh ja, tra lalala. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hab versucht, so süß auszusehen, wie ich kann. Wenn ihr Ideen habt, was wir noch machen können, dann könnt ihr's in die Kommentare schreiben. Wir lesen alle. Tschüss, das war Lina das Schaf. Bis bald. Und der Riesenteddy. Ciao. Da, 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 da.